Was sind die Symptome einer chronischen lymphatischen Leukämien? Obwohl viele Menschen keine Symptome von chronischer lymphatischer Leukämien zeigen, entwickeln diejenigen, die typischerweise große Lymphknoten entwickeln, unerklärliche Müdigkeit und anormale Quetschung. Andere Anzeichen von CLL sind Fieber, Nachtschweiß und ein Appetitverlust, der zu Gewichtsverlust führt. Einige Patienten können auch an wiederkehrenden Infektionen leiden. Die Behandlungsmöglichkeiten für diese Krebsart hängen vom Stadium der Erkrankung und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten ab. Eines der ersten Symptome dieses Zustands, das bei Patienten auftritt, sind vergrößerte Lymphknoten. Die Knoten sind geschwollen, berühren sich aber in der Regel nicht zart oder schmerzhaft. Schmerzhaft vergrößerte Lymphknoten werden manchmal mit Strahlung behandelt. Manche Menschen können Schmerzen im oberen linken Bereich des Bauches verspüren, was auf eine vergrößerte Milz zurückzuführen ist, die auch die Expansion des Magens behindern kann. Wenn sich der Magen nicht normal ausdehnen kann, fühlt sich der Patient früh voll und kann Gewicht verlieren. Wenn die Leber vergrößert ist, können die Schmerzen in den oberen rechten Bereich des Abdomens wandern. Fieber und Schüttelfrost sind zusätzliche Symptome einer chronischen lymphatischen Leukämien, die mit der Reaktion des Körpers auf eine Infektion zusammenhängt. Der Körper wird heiß und kalt, um die Krankheit zu bekämpfen. Fieber kann ziemlich häufig sein und Nachtschweiß kann ebenfalls üblich werden. Wiederholte Infektionen treten häufig bei Menschen mit CLL auf. Dies liegt daran, dass der Krebs-Lymphozyten befällt, eine Gruppe weißer Blutkörperchen, die dem Körper helfen, Infektionen zu bekämpfen. Es können Jahre dauern, bis sich genügend abnorme Zellen ansammeln und Symptome verursachen. Zusätzlich zur Bekämpfung der Symptome muss der Patient möglicherweise auch andere Krankheiten abwehren und sein Immunsystem weiter belasten. In den späteren Stadien der CLL kann sich ein Patient sehr müde fühlen, was wahrscheinlich auf eine Anämie zurückzuführen ist. Außerdem können aufgrund einer geringen Anzahl von Blutplättchen abnormale Bluttergüsse auftreten. Die Symptome einer chronischen lymphozytischen Leukämien sind allgemein und können mit einer Vielzahl von Zuständen in Verbindung gebracht werden, sodass sie häufig zunächst einer Infektion oder einem Stress zugeschrieben werden. Patienten mit anhaltenden Symptomen können sich einer einfachen Blutuntersuchung wie einem vollständigen Blutbild unterziehen, um die Anzahl ihrer weißen Blutkörperchen zu bestimmen. Die meisten Patienten mit frühen Symptomen erhalten keine Behandlung, da Studien gezeigt haben, dass eine frühe medizinische Intervention das Leben nicht verlängert. Da Nebenwirkungen schwierig sein können, ist die Behandlung in der Regeln fortgeschrittenen Stadien vorbehalten. Traditionelle Behandlungsoptionen umfassen Chemotherapie, gezielte medikamentöse Therapie mit Ritoximab und Ofatumumab sowie Knochenmarfstamm-Zertransplantation. Die Transplantationstherapie ist das vielversprechendste mögliche Heilmittel. CLL ist eine Art von Knochenmark- und Blutkrebs, die im Allgemeinen langsamer voranschreitet als andere Leukämienformen. Ältere Erwachsene sind häufiger betroffen, aber Personen, die Symptome dieser Krankheit aufweisen, sollten so schnell wie möglich einen Arzt konsultieren.